Mal gucken, wie wir auf eine Cultivated Queen kommen. Da können wir eine Common und eine Rocky nehmen. Eine Water und eine Common. Was ist, wenn ich eine Drone nehme? Ich habe ja kultivierte. Eine Queen mir raussuche. Da, eine Meadows. Kann ich da nicht auch auf die kultivierte? Ich habe da viel mit experimentiert. Die ganzen Bienen. Ach, die müssen einmal durchlaufen. Das sind fertige. Oder eher das andere. Das andere sind Princess, glaube ich. Vielleicht haben wir noch Princess übrig. Gibt ja zwei unterschiedlichen Princess. Oder aber einige von. Eine Water, eine Faust. Wir können uns eine Water... Nein, eine Water ist blöd. Wenn ich die nachher brauche nochmal, dann komme ich da nicht hin. Also wenn ich jetzt eine Kulti... Kulti... Da muss ich schon. Cultivated. So kann ich da... Ich kann eine Water und eine Common... Also Alice kann ich mit Common kombinieren, ne? Also es ist egal. Oh, da ist draußen ein Heli. Dankeschön, dass du Krach machst. Als wenn ich eine... Ich weiß nicht, ob eine Rocky geht. Ähm... Ob eine Forest geht. Weiß ich auch nicht. Oder eine Meadows. Also wir hätten alles da. Können wir mal gucken. Okay, haben wir meisten von. Da muss ich auch mal gucken. Gibt es, glaube ich, irgendwas mit Öl? Öl, Benzin gab es, glaube ich, mal so eine Biene. Das mache ich aber. Gucke ich mal nebenbei. Wenn ich jetzt die mit der kombiniere... Kriege ich eine davon. Das ist ganz gut. Das heißt, die lassen wir kurz produzieren. Mit denen. Aber ich kann vorher die mit... Der kombinieren. Nicht. Die war das. Stimmt mir das mit Diligen... Ne. Doch, mir das mit Diligen. Und... So, die beiden müssen jetzt mal produzieren. Provociere mich nicht. Ja, okay. Back to the boots. Ne, cool. Machen wir beim nächsten Mal. Gucken wir mal, dass wir noch die Diligenz ein bisschen erhöhen. Und die können wir schnell kombinieren. Dass ich schon nach und nach das Feld davon hinkriege. Da können wir gleich ein Mietfeld noch anstellen. Ähm... Die Frage, was brauchst du denn jetzt? Das weiß kein Mensch. Scheint erstmal nichts. Die noch. Und... Die dann können sie produzieren. Fehlt hier bisher. Bisher fehlt hier nichts. No error. Okay. Äh, hier produziert die weiter ganz flüssig. Weil ich noch versucht habe über den... Äh, zu bekommen, dass die halt... Pollen produzieren. Bisher nichts gekommen. Bin echt schade. Ähm... Vielleicht kommt noch was. Was haben wir jetzt noch für Bienen? Wir haben die, okay. Sind keine. Da sind die. Ah, hier sind die Noble am produzieren. Naja, die noch ein Diligenz-Toch noch aufbauen können. Noble, Diligenz. Und die anderen weiß ich gar nicht, wie die hießen. Die grünen. Da sind auch noch grüne Bienen. Okay. Mh... Dann hätte ich alle. Das heißt, die können wieder weg. Doch. Ne. Ich muss die Roal... Ah. Ich muss die Queen... Stimmt. Ich muss die Queen mit der... Ja, ja. Kombinieren. Stimmt. Okay. Dann würde das nämlich geil werden, wenn die das auch produzieren. Bisschen mehr Seed Oil. Ist immer ganz gut. Mh... Dann machen wir... Weed Seeds. Ah, ne. Dann machen wir noch mal Seeds 2300. Okay. Dann machen wir mal Water Bucket. Den haben wir natürlich nicht. Dann machen wir auch nur... Ein Bucket. Da... Ich hab glaube ich keine Hau, ne. Wow. Ich hab eine Stein. Oh. Kann ich hier nicht so ne... Die erreicht... Die ist okay. Die können wir noch kaputt machen hier oben. Mhm. Ich brauch gar nichts mehr. Ich brauch nur einen Eimer Wasser. Und die Stingen. Und dann produziert das schon. Also wir können die in so einen großen... Aua. Großen Ding reinpacken. Ich will dann... Damit gerne hier vorne anfangen. Dann schnappen wir uns mal ein bisschen Wasser raus. Und machen... Äh... Hier wollte ich... Hatte ich vor eigentlich noch... An der Ecke. Noch klein hinzusitzen. Aber mir fällt auf... Das ist ein bisschen Schwachsinn. Brauchen wir nicht. Wir tun hier das Wasser rein. Das war's dann schon damit. Also Wasser wird bestimmt genug haben. Zuck, zuck, zuck. Dann pack mal gleich ein paar Blumen da oben hin. Ich hol mal welche von da hinten. Also... Die haben ja genug Blumen produziert. Soll ich da mal so kurz durchgehe. Besonders hier... Hier einmal. Einmal vielleicht noch hier. Vielleicht noch da. Da... 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 So. Dann dürfen wir auch noch ein paar Blümchen produzieren. So. Gib mir mal die rote. Ja, ich klebe wieder direkt. Das ist ja auch ganz geil. Also die werde ich auch vorne hin tun. Da kann man super gut... Leben mit drin agieren. So. Jetzt machen wir davon ein paar Blumen hier hin. Und schon eine weiße. Dann noch eine gelbe dazwischen. Äh... Machen wir noch eine rote. Und da eine pinke. Da bleiben wir noch an die. Dann haben wir eine rote. Dann haben wir das. Das ist optimal. Dann können wir nicht die erstliegenden Blumen loswerden. Dann... Ich eh grad nicht. Wollen wir noch welche? Wir haben noch ein paar gelbe. Wir haben da noch eine gelbe. Da steht noch eine gelbe. Jetzt haben wir noch eine pinke. Hau raus den Scheiß. So. Wiedfeld. Blumenfeld. Welcome okay. Da kommen nur Bambus. Und es gibt Kakteen. Für die... Ähm... Meadows. Ne, Meadows nicht. Wie heißen die denn? Ähm... Desert. Nein, Desert auch nicht. Aber ich weiß... nicht. Dann geh nicht erst mal. Weil... Schluck nehmen. So. Das ist dann auch erledigt. Du 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 dut dut dut. Ach. Komm doch nicht hier ran. Das krabbeln indeed, du 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 du.. Ach. so ein bisschen ist ein bisschen situat ist auf jeden fall da aber er braucht halt etwas lange sowieso bis der tank da hinten voll ist haben wir noch ein bisschen zeit nach oben hin zeit kann man dann die andere seite auch schon vorbereiten jetzt schauen wir noch mal nach den bienen wie schnell sie doch vorangehen das geht ja relativ fix eigentlich davon sind ja keine standardmessigen no flowers wie no flowers du hast doch hier wo blumen willst du denn haben keine blumen oder willst du keine blumen haben in der nähe sondern mieter flicht haben und dies für dich kurz noch ein kasten 11 heißen die glaube ich blablabla wie 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 heißen denn die bienen dinger kann mir doch keiner sagen wie das wenn die auswendig weiß eigentlich bienenhaus das sind die mistinger davon und ich darf wieder suchen vorresten so forestry forestry alles dinger sind das immer ihnen bienen bienen die bienen 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 ganz genau da ah pivri ist ok ach so habe ich noch nicht top das ist ja niemals das bienenhaus das ist glaube ich der falsche oder nö ok den kann ich dafür auch nutzen brauchte der grad strom nö ne ich würde es nicht hoffen also ich werde dich jetzt mal kollege da hinsetzen ich will hoffen dass du damit auskommst man kann ich dir was kein weed hier das ist weed mein freund das ist nun nicht ausgewachsen jetzt will ich dir noch kack bauen mir damit du das zu weed hast weed weed da gibst du nämlich ruhe das kann ich gleich über den beutel wegschmeißen ich muss ja noch den eimer reinschmeißen in die brauche du hast keine flowers hier grüße gutes video nicht vergessen ich drücke immer zu viel zack 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 1 2 3 so jetzt sag nicht du hast nicht jetzt auch rein Papa will Dicken fertig haben die Bänchen die Bänchen die Bänchen und die Blümchen das schmeiß ich auch über den beutel weg ok dann müssen wir jetzt die mit den anderen kombinieren und dann haben wir da welche aber wir können auch die Queen mit der Cultivated kombinieren und die Cultivated mit der Drohne davon aber ich würde sagen in der Zeit lasse ich die ausläufe ich bekomme eine kurze Aufnahme stoppe ich sehe gerade schon wir haben wieder eine Stunde das sind wieder 5-6 Folgen je nachdem wie ich sie schneide natürlich also ich bin ja mal sehr schnell unterwegs ich würde sagen wir sehen uns gleich weiter wenn die Bienen fertig sind und bis dahin wenn es dir gefallen hat lasst eine Bewertung da und bis dahin tschüss aufbauen das ist das ist das ist